Was geht ab, ihr Freaks? Es ist Carmo Caputo als Shit auf der Veranda in Florida und er hat Neuigkeiten für euch im Gepäck. Nächsten Monat findet die Palmen aus Plastiktour statt. Wer ist natürlich dabei? Carmo Caputo ist dabei. Ich habe ein neues Album für euch im Gepäck. Ich habe ein paar Songs im Gepäck. Ich habe ein bisschen Spaß im Gepäck. Kommt vorbei, checkt die Tourdates auf der Rav Camorra Facebook-Seite und auf der Bons MC-Facebook-Seite. Ja, Max, was soll ich noch sagen? Wenn ich dabei ist, verpasst was. Das war Carmo Caputo. Arzt für Bebebe. Caputo Muskel.